Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Musik 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 Das, was der Philippian in seiner Kadenz zum Schluss gespielt hat, diesen ganzen Maschalitten hier oben, sind die sogenannten in den westen europäischen Staaten Alpenhörner, diese sogenannten Alpenhörner, gab es in Rumänien schon ungefähr 1000 Jahre vor Christus, weil die Bauern von einem Hügel auf dem anderen gesagt haben, da kommen die Embattatoren, da kommen, was weiß ich, die Frauen nehmen und alles, was wir so haben. Damit haben sie praktisch schon diesen Pseudo Alpenhörner verständigt. Und zum Schluss, wo er auch selber mitgesungen hat, das sind sehr alt traditionelle rumänische, das heißt auf rumänisch Döner. Und Döner ist irgendwie Schwermund. Und wenn man praktisch nicht jemanden verloren hat, sondern man singt sein Leid und gleichzeitig auch seine Freude über das, was man erlebt hat und hofft, dass das, was kommt, was Gutes ist. Und das ist ein bisschen zu sehen. Aber das ist ein bisschen zu sehen.